Topfgucker TV empfiehlt. Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei uns im wunderschönen Lehmsaler. Das ist das neue à la carte Restaurant des Steigenberger Hotels Treudelberg. Damit Sie auch wissen, wofür unser Lehmsaler steht. Wir sind regional und saisonal. Unsere Küche ist modern, aber auch klassisch. Das heißt, klassische Gerichte werden etwas modernisiert, damit auch der Wiedererkennungswert für den Gast da ist. Das Lehmsaler ist aber nicht nur ein Hotelrestaurant, sondern, liebe Hamburger, das Restaurant Lehmsaler ist für Sie alle da. Wir würden uns sehr freuen, Sie hier begrüßen zu können, um mit meinem Team und mir gemeinsam schöne Stunden zu verbringen und dass Sie den wunderschönen Blick über unseren Golfplatz genießen können. Unser Küchendirektor Tim Woytaske wird Ihnen gleich eine kleine Überraschung zaubern, zu der ich Ihnen dann ein Glas von diesem hervorragenden Wein einschenken werde. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de